hallo herzlich willkommen zurück zu mission makers es gibt ein kleines problem bei t day of das sind mit die aufgaben die funktionieren abwarten so viel leider nicht warum auch immer folgt ist das einzige wort leider wirklich leider war doch auch immer noch zwei sein muss zeige ich euch auch weil oben ist ein schwarzer streich wo normalerweise die matte aufbauen stehen scheiße schon wieder war es so verpackt dass gar nichts geht bei ihnen spielt irgendwas so klein hier oben ja man sieht gar nichts hier oben soll eine matte aufbauen stehen aber man sieht nichts scheiße selbst nichts ich muss jetzt überspringen wir sehen uns gleich wieder so bin ich leider verkackt musste ich trotzdem scheiße pflicht warum auch immer verdammt eigentlich nicht und ich tue bei jeder aufgabe einmal speier weil ich weiß was sonst passiert war mit oder sonstiges und wir fangen mit 400 meter an das beide auch damit es keine probleme gibt weil man muss ja schnell sein nicht aufgefallen 100 meter und speichern und 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 jawoll nicht aufgeben Oli, ist das lang. Mein Finger. 200. Wieder noch. Noch 70, 60, 50, 50. Nein, nicht aufgehend. Schneller. Noch 80, 70. 60, 60, 50. Aua, mein Finger. 30, 20, 10. Boah. Äh. Das ist heftig, ey. Krass. Äh. Kannst du es auszuholen lassen? Alter, bekommt man wirklich ein Gramm. Oho. Dann, das macht man mich gleich. 200 Meter. Geht gerade noch so. Und 100 Meter. Ist doch einfach. Auf 400 Meter ist schon heftig. Und dass die Mathe nicht funktioniert, keine Ahnung. Ich bin bereit, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Runde 3. 200 Meter. Das gleiche Spielchen noch einmal. Und ja, Speyer wieder. Nicht erschrecken, wenn ich mal lade. Ein Gramm. Bitte fängeln. Na. Und weiter geht's. ok ich bin kein weichei es geht hier selbst das ist schwarz warum würde ich wirklich gerne wissen warum das ist warum dass es fertig so jetzt 100 meter gleiche ich war noch einmal bei den mietern erzählte das immer das gleiche eine sorge sparen vorsichtig sind auch wieder wo sie nicht einmal lagen das ist sehr gut die st 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 training ha Haha Ihr Losers Wechsel So Jawoll Schwarz Und ich habe Hunger Jump Ball Und Börtl Falls man das so ausspricht Springen Ball Was das heißt weiß ich nicht Macht man bei springen weiter Das wird nicht heißen gell Ohee ohee Was ist das Warte ich lade Äh Warte ich lade Ob das reicht Ohhhh Das war gut Sie Macht da einer Passt zu Nie Ja Ne So schlecht Mal schauen Wo kommt ihr hin ha sehr schön noch mal runter so schmutz hat sich aufgehängt aber passt sehr sehr cool so ein fehler sehr glaubt nicht schlimm ich muss nur einmal laden jetzt kommt BALL also BALL ich habe Hunger 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 okay Schick, Schick, Schick Ja, Pelle brauche ich Pelle Schick, Schick Nein, kein Unterball, nein Ein Weiß-Sinnball Ja, Weiß Jetzt fangen wir es an Mit Weiß Ja, nö, ich hab nichts gesagt, nö, nö Oh, ja, sehr schön Oh Oh, nichts Nein Nein, ja Mami Brauche ich nur weiße Pelle Schick, Schick Und einen Roten eingesammelt Loser Schwarz Sehr schön So Weiter geht's Mit Hartle Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht Oder nein Was heißt Hartle Brücke Ich kann kein Englisch, Mensch So scheiße Wenn man kein Englisch kann Nein Bis gleich Ich bin wieder da Ich bin wieder da Ich bin wieder da Ich bin wieder aufgehangen Leider Warum auch immer Aber jetzt Ich kontrolliere eh bald Wasser hinauf Gute Frage Gute Frage Nächste Frage Nein Jawohl, einfach drüberspringen Ach Hartle Das ist Hartle Das ist Hartle Aha Okay Ja 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 Ich habe ein weiter Fehler gemacht Ich bin einmal zu früh Ähm Gegangen Ich habe zu viel den Knopf gedrückt Und daher Ja Ein Fehler Aber es macht nichts Goldrissal bekommt man kein Wegen der Mathe Weil Mathe nicht funktioniert Leider Ja Boah Das ist eckerlich So Weiter geht Haha So Geht Gegen diese Katze Müssen wir Antreten Achja Heute kommt allerdings Nur ein Hart Weil Ich noch was anderes schaue Für den nächsten Projekt Und daher kommt nur eine Eine ist ja eh egal weil Wir schauten schon ne Alle Aufrufe sind von mir Also ganz ganz selten ist einer dabei Der meine Pauze schaut Raus zu ihr Oh ja Oh es geht schon los Ich bin gesperrt Äh Äh Entschuldigung Man darf nicht Äh Ihr Feld betreten Aus Eilform Auf die Katze drauf Meiß Für 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 Äh Für Äh Ehm 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 Für den Gold Who Nein Schei Bistee! Leg den Feld bitte hin! Ja! Ha! Ja! 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 Ab! Ha! Tod! Ja! Shake Shake! Ja! Haha! Ja! So geht's! Normalerweise JAHU! So, wenn man Gold-Kristall bekommen, oder? Hallo! Penner! Ja, was ist denn da los? Shake Shake! Shake Shake! Ja! Mensch, äh... Kein Gold-Kristall! Eigentlich der, wo hinten steht, mit dem... Gold-Kristall geben! Doch und Back! Mensch! Scheiß Back! So! Oder man muss so schnell wie möglich! Entschuldigung! Oder man muss so schnell wie möglich! Es schafft nicht! Und der nächste Boss! Sein! Ein! Gästle! Richtig! Richtig! Krass! Jawohl! Oh, ich bin auf die Cutspeed. Dreimal, dreimal. Der ist relativ... Ja, eigentlich einfach. Wenn man nicht so gut ausschätten wie ich. Nein, ich kann aber noch nichts nehmen, ne? Nein! Scheiße! Nein! Ich scharfe auch noch voll in die Rakete! Oh, Benno! So, jawohl! Ohhhh! Haha! Man muss sich wirklich einmal treffen und das... 8 Minuten! Jawohl! 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 Äh nein. Jawohl... Nein! Ich bin genau im vollen Bunkkonstruiert und vielleicht... Neee, Bunkkvoll getroffen, jawohl! Ab! Verbandlos! Den muss man schütteln! Ähm! Nein! Oh nein, nein! Schmei- äh schütteln! Ah, scheiße! Nein! Ich muss mich hier auch nicht konzentrieren! Aber nicht schlecht! Voll gruselig, ne? Oh nein! Ah, nee, schon wieder! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Dann noch nicht. Oh Gott! Ich bin wirklich so schön, ne? Ah ok Ja und 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 Das ist toll, kommt bis zu Das ist toll ÖBUSCHITSCHÜCKER Ja 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 Ja, nehmt Scheiße, ne Ne, nix Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, schön, du bist Haha, Suchi fällt Nee, das steht nicht Selber Reinschießen Ach nee Das ist ja ein sehr langer Part Weil nicht, tut mir leid Jawoll Krass Haha Setze zu Kylo What I do you Der erste Boss Schon betonen Und wieder weggeschmissen Applaus Jawoll Was ist das? Was ist ein 64 Teil? Ich warte schon immer ganz kurz, damit ihr es lesen könnt Oh, der Part ist eigentlich vorbei Egal Egal Stücke Länge Weil Ich habe mich nur ein Part Roll Ihr wisst ja wort Oh Oh Der nächste Boss Und so sieht sie aus Mit ihr ist nichts zu spaßes Wie bei Dragon Ball Z Ähm Namek Sind auch solche Maschinen Wie bei Dragon Ball Z Ich kann nicht Ich kann nicht Der Teo Teo Roste Das zeigt, wenn man jetzt spielt, ist es wahrscheinlich Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Das zeigt, wenn man jetzt spielt, ist es wahrscheinlich Der letzte Egg ist Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher Geil Kann mich nicht mehr Wie gesagt Kann mich das Ja Die ist sie, die ist Weiberlade. Ich bin jetzt da, holt mich hier raus. Schau ich mir auch an, ja? Und Raketen, jawohl. FAKE! Das ist DG-Body, das ist DG-FAKE! FAKE! Du laufst in der Falsche noch. Du laufst Falsche noch. Falsche noch. Falsche noch. Falsche noch. Falsche noch! Falsche noch! Ja, genau. Tja, aber für die nächste Welt. Und zwar... Oster Slime. Ja, dieses Level machen wir noch. Entschuldigung. Also, ein Level machen wir noch. Da ist aber am Schluss. Rolling Rock. Rolling Level. Hey? Oh nee, den Stein sieht man auch. Was für den Scheisse. Was hier? Gar nichts. Oh man! Man müsste den Stein eigentlich sehen, die er runterrollt... Nichts! Verdammte Scheiße! Alles zerfragt! Jawoll! Oh nein! Nein, nein, nein! Ja! Scheiße! Nein! Das gibt's ja nicht! Ja! Ja! Nein, schaffe ich's wieder nicht! Egal! Egal! Ruster! Ruster! Da ist es falsch, oder? Nein! Hier! Ja! Ne! War falsch! Egal! Freude! Wir suchen die Kristalle! Wenn wir das Spiel einmal durch haben! Es ist so verpackt wieder mal! Egal! 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 Wenn euch dieser Part so gefällt! Lasst einen Daumen hoch da! Auch wegen leider dem Bugs! Tut mir leid! Kann nichts dafür! Und schade! Keine Kunstzahler gefunden! Das ist wirklich schade! Erfolg reicht los! Und ja! Ab und nie! Nicht vergessen! Das ist damit auch da! Kommentieren! Keinen! Und so weiter! Und sonst sehen wir uns bald wieder! Alles dann! Bis bald! Und ciao!